Borussia Mönchengladbach befindet sich in einer schwierigen Phase und zwei Spieler stehen dabei besonders im Fokus. Nathan Negumo und Thomas Kwankara. Beide sollten die Offensive der Fohlen stärken, doch bisher bleiben sie hinter den Erwartungen zurück. Dabei hat der Verein insgesamt 18,5 Millionen Euro für diese beiden Spieler ausgegeben. Eine beachtliche Summe für einen Verein, der stark auf die Entwicklung junger Talente setzt. Nathan Negumo kam im Sommer 2022 für 8 Millionen Euro aus Toulouse. Zu Beginn war die Vorfreude groß, denn der schnelle Flügelspieler schien das perfekte Puzzlestück für Gladbachs Offensive zu sein. Doch nach anfänglichen Lichtblicken in der letzten Saison und einigen Toren in der Bundesliga verlor Negumo an Konstanz. Technische Schwächen wurden sichtbar. Und trotz seines Tempos konnte er sich nicht dauerhaft in der Startelf etablieren. Auch in dieser Saison hat er noch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Trotzdem gibt es Hoffnung. Trainer Gerardo Seohane glaubt weiterhin an Gumos Potenzial. Nathan ist ein Spieler, der im Training großartige Leistungen zeigt. Aber es fehlt ihm noch, diese unter dem Druck der Bundesliga abzurufen, erklärte Seohane in einem Interview. Dies zeigt, dass es sich bei Gumos Problemen weniger um mangelndes Talent, sondern vielmehr um eine mentale Herausforderung handelt. Wenn er es schafft, diese Hürde zu überwinden, könnte er noch zu einem entscheidenden Faktor für Gladbach werden. Noch schwieriger gestaltet sich die Situation für Thomas Kvankara. Der tschechische Stürmer kam im Sommer 2023 für 10,5 Millionen Euro von Sparta Prag und war als der Königstransfer angekündigt. Verletzungspech in der letzten Saison und die Ankunft von Tim Kleindienst haben jedoch dafür gesorgt, dass Kvankara bisher kaum eine Chance hatte, sein Können zu zeigen. Sein Marktwert ist seit seiner Ankunft sogar gesunken. Ein Albtraum für Borussia Mönchengladbach, die auf den Anstieg des Marktwerts ihrer Talente angewiesen ist, um wirtschaftlich stabil zu bleiben. Auch hier bleibt Seohane optimistisch. Kvankara hat gezeigt, dass er ein Kämpfer ist. Und wenn er es schafft, sich von seinen Verletzungen zu erholen und seine Position im Team zurückzuerobern, könnte auch er zu einem wichtigen Spieler werden. Es stellt sich die Frage, warum schaffen es Spieler wie Negumo und Kvankara nicht, die in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen? Liegt es an der Anpassung an die Bundesliga, an fehlendem Selbstvertrauen oder vielleicht an der taktischen Ausrichtung des Teams? Sicher ist, dass beide Spieler das Potenzial haben, eine bedeutende Rolle bei Gladbach zu spielen. Doch die Zeit drängt, denn der Druck von Fans und Vereinen steigt. Borussia Mönchengladbach braucht diese Saison dringend einen Turnaround. Und Negumo und Kvankara könnten dabei entscheidend sein. Das kommende Spiel gegen Eintracht Frankfurt wird eine weitere Chance für beide sein, sich zu beweisen und das Vertrauen von Trainer und Fans zurückzugewinnen. Glaubt ihr, dass Negumo und Kvankara in dieser Saison noch durchstarten werden? Wie seht ihr die Situation bei Gladbach? Teilt uns eure Meinungen und Gedanken in den Kommentaren mit.